Hallo und herzlich willkommen bei Duty Calls. Ich bin schon so gespannt. Krieg. Krieg verändert sich nie. Oh, jetzt hat sich der Krieg verändert. Hat er es wirklich? Die Antwort ist nein. Oder ist sie etwa doch ja? Nein, nein. Es ist wirklich. Es ist Krieg. Ja. Nein. Ja? Fuck. Nein. Oh mein Gott. Scheiße. Nein. Unser Meister hat uns gerade die Anweisung gegeben. Bla, bla, bla. Nuclear Missile Bomb. Scheiße. Es ist ja schon in Japan und ich will jetzt echt keine Witze drüber machen. Es ist ja in Japan schon ein Nuclear Missile Bomb. Und ich will jetzt echt nicht, dass ich in diesem Spiel auch noch hier von einer Nuklearscheiße getroffen wäre. Da habe ich jetzt echt Schiss davor. Fuck. Scheiße. Ich will hier weg. Aber sie zählen auf mich. Ich muss einfach mal probieren. Scheiße. Was mache ich jetzt? Fuck. Oh mein Gott. Ah. Der zählt auf mich. Der war jetzt nur, dass ich um die Ecke komme. Ich muss... Kann ich... Kann ich mich hier ducken? Kann ich mich hier ducken? Nein, ich kann nicht. Ich sehe seine Waffe. Verdammt. Der kommt bestimmt gleich um die Ecke. Ich muss schreien. Ahhhh. 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 Rank up. Mehr Geld. Bäm. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Da ist keiner. Ahhhh. Fuck. Nein. Ich sterbe. Bloody Screen. Oh mein Gott. Ah. Ich muss zurück. Ahhhh. Ich sterbe. Ich bin so am sterben. Ich muss nie... Verdammt. Wenn wir nochmal um diese Ecke gehen, dann wird es bestimmt einen Gnanschuss geben. Ich habe so Angst. Gott. Ich muss hier weg. Kik. Oh. Unsere Waffe ist so realistisch. Scheiße. Ohhhh. Yeah. Nein. Nein. Ich muss das jetzt wagen. Ohhhh. Verdammt. Ich glaube, er hat uns fast getötet. Fast. Wir sind so kurz vorm Sterben. Ein HP. Kacke. Kacke. Ich mache das. Kein Save. Kein Save hier. Kein Save in diesem Spiel. Mein Gott. Verdammt. Ahhhh. Ich kriege es nicht hin. Er ist so gut für uns. Wir müssen aufgeben. Wir müssen uns dem Tod stellen. Ohhhh. Boah. Anscheinend bin ich im schwarzen Mikkel seines Blickes gegangen in Ohren und Erden mich nicht gesehen. What the fuck? Nein. Nicht schon wieder. Ah. Da stirbt. Oh. Mein Gott. Ah. Ich bin wieder Ranker. Wir haben mehr Geld. Ah. Was bringt uns Geld, wenn wir jetzt gleich sterben? Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Es ist gleich geschafft. Es ist gleich geschafft. Es ist gleich geschafft. Tabrett eine Tonne. Es ist gleich geschafft. Wow. Was ist das? Ich hätte es aufnehmen. Wow. Wow. Ein Small Meaningless Stick. Ah. Oh mein Gott. Fuck. Stirb. Da wartet bestimmt irgendwas. Was ist das? Boah. Er erzählt uns gerade etwas sehr sehr wichtiges. Um die Story zu reden. Oh nein. Er ist gestorben. Er ist gestorben. Nein. Wieso? Wie sollen wir weitermachen? Ich kann ihn nicht aufhalten. Außer wenn die Cam jetzt in Slow Motion geht. Wow. Wow. Ich habe so ein Glück, dass genau jetzt die Cam in Slow Motion geht. Ich kann mein Glück nicht fassen. Wow. Und das Auto ist restauriert. Ja. Rank up. Wow. Rank up. Was passiert hier? Was passiert hier? Ich werde einfach mal meine Mission weiterführen. Da steht jetzt einer. Ah. Doch nicht. Aber da. Ha. Hm. Nein. Nein. Lass mich hier allein. Ich werde sterben. Du musst mich hier einfach liegen lassen. Nein. Ich will hier nicht sterben. Oh. Nimm dies. Ja. Rank up. Wir sind so unbesiegbar jetzt. Wow. So spannend gerade. Wow. Diese Lichteffekte. Ah. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind so kurz vorm Sterben hier. Alles. Und die Waffe wandert in unser Gesicht. nicht. Eine offene Wiese. Dann liegen noch ganz sicher Sniper auf diesem Dach. Und diese Lichteffekte. Nein. Was passiert nun? Ich kann ihn nicht erschießen, weil das eine Cutszene ist. dass es ... Oh mein Gott. Ah. Ich will nicht sterben. Ah. Ah. Wow. Ich hab's nur nicht geschafft. Wir können nicht. Ich bin nicht ab. Ah. Ich bin so unbesiegbar. Ihr Fallschirm. Der Fallschirm kann mich nicht besiegen. So, was ist das? Was ist das? Mein Gott. Mein Gott. Das ist verseucht. Das können... Mein Gott. Boah. Ich bin so gespannt. Ich werde mich jetzt wagen und es aufheben. Ah! 500 Sheets of White Paper. Fuck. Jetzt erst mal überlegen. Nichts überstürzen. Wir haben einen Stick und wir haben 500 Sheets of Paper. Da muss man noch irgendwas machen. Ich habe eine Idee. Vielleicht brauchen wir das, um die Nuklear Missile Bomb zu diffusen. Was steht da wohl drauf? Ein geheimer Gegner-Hideout-Plays mit unserer realistischen Waffe und dem Boden, in den wir reinlaufen können, wie ihr hier ganz toll seht. So. Und da wir wissen, dass da eine Nuklear Missile Bomb ist, wird ungefähr da dagegen stehen. Jetzt aktivieren wir unseren Wallhack und... Ja, ich denke, wir haben ihn umgeworfen. Wir können jetzt da reingehen. Mein Gott. Nein, er hat eine schlechte Stimme mit einem kratzigen... Oh nein. Er hat eine schöne Suit. Und er ist der Führer der feindlichen Armee. Er wird uns niemals die Nuklear Missile Bomb geben. Wir werden ihm... Wir sagen ihm gerade, dass er sie uns überhandigen soll. Ja! Er hat sie uns doch gegeben. Ja! Ja, und er weint. Wir haben es geschafft. Wir haben... Wir haben die Welt gerettet. Wow, das war so... Hammer. Bis dann.